Nur Marquisio. Jetzt schießt er. Sie machen das Tor. Das wird Ihnen gut tun, aber das Ergebnis bleibt eindeutig. Eigentlich haben wir eine ausgeglichene Partie erwartet. So ehrlich können wir sein, aber Sie nehmen den Gegner da ziemlich unter Beschuss. Kann man wohl sagen, Wolf, Sie machen hier einiges richtig und versuchen es immer wieder. Diesmal mit Erfolg. Boah, der passt aber ganz genau. Also drei Zentimeter höher, da geht er an die Latte. Die Natale. Ganz starke Aktion. Jovinko. Die Natale. Und das Tor. Und jetzt wird es nochmal eine ganz heiße Stoßphase, Buschi. Das kann man wohl sagen. Durch diesen Treffer liegen Sie nur noch ein Tor hinten. Drei zu zwei also. Da ist alles drin. Es gibt Einwurf. Der Ball ist im Haus. Geht weiter hier. Schneller Einwurf. Das muss Freistoß geben. Jetzt zu sehen, die Foul-Statistik. So wird das nix mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Der Ball ist im Tor aus. Es gibt Ecke. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Und er schießt. Tor, Tor, Tor. Sie machen es noch. Da hat er ein wenig Glück beim Abschluss, Buschi. Ja, an die Unterkante der Latte. Ein wenig höher und der springt wieder raus. Heute zeigen hier beide ein Offensivspektak.